Hallo liebe Fußballfreunde, willkommen auf Fußball4Fans. Ja, welcher Verein aus der 2. Liga hat die meisten Stadionbesucher in der Saison 23-24? Schauen wir uns alle Vereine an, von Platz 18 bis Platz 1. Dann geht's los. Dann kommen wir zu Platz 18, der Verein mit den meisten Zuschauern in der 2. Liga. Ja, der SV Wien Wiesbaden. Insgesamt hat Wien Wiesbaden in der aktuellen Saison 130.437 Zuschauer in der Britta-Arena. Aktuell hat man einen Zuschauerschnitt von 9.317 Zuschauern. Dann kommen wir jetzt zu Platz 17, der meisten Zuschauer der 2. Liga. Ja, auf Platz 17 haben wir den SV Elversberg. Elversberg hat aktuell einen Zuschauerschnitt von 8.834 Zuschauern. Insgesamt kamen bis jetzt 132.513 Zuschauern in der aktuellen 2. Liga. Dann kommen wir jetzt zu Platz 16. Auf Platz 16 haben wir ja Greuter Fürth. Greuter Fürth hat aktuell einen Zuschauerschnitt von 12.199 Zuschauern. In der aktuellen 2. Liga-Saison 23-24 kamen 182.981 Zuschauer zu den Heimspielen von Greuter Fürth. So, auf Platz 15 haben wir ja den SC Paderborn. Paderborn hat aktuell einen Zuschauerschnitt von 13.121 Zuschauern. Insgesamt kamen 209.943 in die Home-Deluxe-Arena nach Paderborn zu den Heimspielen. So, liebe Fußballfreunde, auf Platz 14 haben wir ja Holstein-Kiel. In das Holstein-Kiel-Stadion kamen im Schnitt 13.795 Zuschauern. Insgesamt konnte man 220.726 Zuschauern zu den Heimspielen von Holstein-Kiel begrüßen in der 2. Liga. So, auf Platz 13 haben wir ja den VfL Osnabrück. Auf die Bremer Brücke kamen im Schnitt 15.482 Zuschauer. Insgesamt sahen 232.227 die Heimspiele von Osnabrück an. So, liebe Fußballfreunde, dann kommen wir jetzt zu Platz 12 der meisten Zuschauer in der 2. Liga. Ja, Eintracht Braunschweig. Braunschweig hat aktuell 20.671 Zuschauer im Schnitt in den Heimspielen. Und man konnte insgesamt begrüßen 330.733 Zuschauer in der aktuellen Zweitligasaison. So, auf Platz 11 haben wir ja den 1. FC Magdeburg. In die MDCC Arena kamen im Schnitt 24.901 Zuschauer zu den Heimspielen. Insgesamt hatte Magdeburg 373.512 Zuschauer bis heute in den Heimspielen im Stadion. Auf Platz 10 haben wir ja FC Hansa Rostock. Ins Ostseestadion kommen im Schnitt bis heute 25.937 Zuschauer. Insgesamt bis jetzt konnte man 389.050 Zuschauer zu den Heimspielen in Rostock begrüßen. So, dann kommen wir jetzt zu Platz 9. Auf Platz 9 haben wir ja den KSC. Im Wildpark hat man bis heute einen Zuschaueraufschnitt von 26.780 Fans. Insgesamt kamen in dieser Zweitligasaison 428.476 in den Wildpark vom KSC. So, liebe Fußballfreunde, auf Platz 8 haben wir ja den FC St. Pauli. Im Milantor-Stadion konnte man begrüßen im Schnitt 29.416 Fans. Also fast immer ausverkauft. Und insgesamt kamen 470.659 Zuschauer. So, dann kommen wir jetzt zu Platz 7. Auf Platz 7 haben wir ja den 1. FC Nürnberg. In das Max-Morlock-Stadion vor 50.000 Zuschauer reinpassen kamen im Schnitt 34.392 Fans. Insgesamt konnte Nürnberg 515.886 Fans zu den Heimspielen begrüßen. So, auf Platz 6 haben wir ja Hannover 96. Hannover 96 hat derzeit einen Zuschauaufschnitt von 37.660 Zuschauern. Insgesamt kamen 564.900 Zuschauer zu den Spielen von Hannover 96. So, liebe Fußballfans, auf Platz 5. Wen haben wir da? Ja, Fortuna Düsseldorf. Fortuna Düsseldorf hat derzeit einen Schnitt von 38.938 Zuschauern. Insgesamt kamen 584.064 Fans in die Merkur-Spiel-Arena zu den Heimspielen von Düsseldorf. So, auf Platz 4 haben wir ja den 1. FC Kaiserslautern. Das Fritz-Walter-Stadion hat aktuell einen Zuschauaufschnitt von 43.502 Zuschauern. Insgesamt konnte Kaiserslautern 652.532 Fußballfans begrüßen in der 2. Liga. So, auf Platz 3 haben wir ja Hertha BSC. Ins Olympiastadion Berlin kamen im Zuschauaufschnitt 49.883 Zuschauer. Insgesamt aktuell konnte Berlin 798.121 Fußballfans zu den Heimspielen begrüßen. So, auf Platz 2 haben wir natürlich den HSV. HSV hat aktuell einen Schnitt von 55.821 Fans. Insgesamt kamen bis jetzt 837.312 Zuschauer zu den Heimspielen vom HSV. Und liebe Fußballfans, dranbleiben, nachher kommen noch 3 Fußballquizfragen. So, auf Platz 1 natürlich der FC Schalke 04 mit der Felddienst-Arena. Im Schnitt hatte Schalke 61.520 Zuschauer. Insgesamt aktuell kamen 984.316 Fans zu den Heimspielen von Schalke 04. So, jetzt haben wir auch ein Fußballquiz. Bei welchem Bundesliga-Verein hat Kevin De Bruyne in der Bundesliga angefangen? Und weißt du, bei welchem Verein? Richtig, beim SV Werder Bremen hat er angefangen. Sehr gut. So, zur nächsten Fußballfrage. Oh, Manuel Neuer. Wie viele Spiele hat Manuel Neuer im DFB-Pretrikot gewonnen? Was glaubst du? Und, weißt du die richtige Antwort? Antwort D. 77 Spiele hat er gewonnen. Beziehungsweise die Nationalmannschaft. So, okay. Welchen Fußballer findest du besser? Bellingham oder Messi? Entscheide dich jetzt und schreib es nachher in die Kommentare. Ja, liebe Fußballfreunde, das waren die Zweitliga-Vereine mit den meisten Zuschauern in der aktuellen Saison 23-24. Hat's dir Spaß gemacht? Dann danke ich dir für ein Like und für ein Abo für Fußball4Fans. Verpasst auch hier meine anderen Fußball-Videos nicht. Bis dann, wir sehen uns. Tschüss. Bis dann, wir sehen uns.